Und der andere ist draußen bei auf Größe des kleinen Häuschens, wo die Erste-Hilfe-Taschen drin sind. Ja, wie gesagt, ich habe zwei Halten gesehen. Ja. Der geht aber ganz normal. Ne, ne, da ist ein Spieler. Auf der Insel. Alter, was ist denn jetzt los hier? Sonnenfinsternis oder was? Hat er jetzt die ganze Zeit über die Leiche gehofft oder was? Was ist das für ein Typ, Alter? Fünf Minuten hängt er da drinnen, Junge. So, dann sage ich nur, warum macht man das? Oh, schön. So, Atomska habe ich inspektet. Ich sehe da aber nichts da drinnen. Willst du nicht erstmal deinen Dings parken hier? Na ja, ich wollte sicher gehen, dass wir hier einen Besuch kriegen. Jesus Christ, heiliger Junge, ich habe den Maria, Mutter Gottes, habe ich mich verjagt gerade. Wäre ich vorhin nicht kacken gewesen, hätte ich mir jetzt eingeschissen. Was kannst du nicht glauben? Heilig. Du stehst ja da mitten auf der Freifläne, oder nicht? Kommst du? Ich komme. Ah, okay. Hier rennt noch was. Jetzt. Ja. Hinter uns. Na, bei dir? Ja. Alter. Hab noch einen. Ich muss erstmal hier Schnappstittel nehmen. Oh Gott, ich glaube ich sterbe an der Granate. Ne, ich habe Glück. Vor mir ist einer. Hier am Wasser weiter unten. Ne, ne, ne. Rechts. Hinter dir. Direkt hinter dir. Ich bin hier. Ich kann nichts machen, Alter. Ich bin durch. Ich muss Schmerzmittel nehmen. Ich kann mich kaum bewegen. Alter, wie die ganzen Gäste die ganze Zeit auf mich ballern. Das ist halt ekelhaft, ne? Ich weiche kurzen Stücken aus. Sonst überlebe ich das nicht. Muss schnell meinen Bauch wiederholen. Wo ist der Typ? Keine Ahnung. Ah, ich hab ihn. Sehr gut. Ja, reicht jetzt auch, Alter. Der hat ne RFB. Hast du den schon gelootet, den du getötet hast? Ja. Okay. Die Knarre kannst du eine Tonne kloppen. Den anderen Shit hier auch. Ich glaube, ich hab zwei getötet, oder? Nicht drei. Ja, zwei. Zwei Stück, glaube ich. Den einen hast nämlich du. Insgesamt waren es drei, ja. Aber ich hatte bei dem zweiten so den Vorteil, dass der so auf dich fixiert war. Der ist ja sowas von quer zu meiner Front gelaufen, dass ich den schön von der Seite reingedrückt hab. Jawoll. Hier hat einer ein S-March fallen lassen. Hä? Mal eben so an dem Baum. Ja. Verspätete Südsbruch, ne? Ja. Na, das lief doch gut. Yes. Ja, zwei Spieler. Battlefield hat ja alle beiden Modi ausprobiert und alles gefloppt. Ja, gut. Meinst du jetzt 2042, oder was? Das war ja auch, ich hatte mich auch so sehr drauf gefreut. Das einzige, was mir zwischendurch Spaß gemacht hat, war tatsächlich die alten Maps wieder, ähm, mit den neuen Engines zu spielen. Das war schon schön, also es hat schon Spaß gemacht, ein bisschen. Aber es war halt nach kurzer Zeit relativ eintönig, weil man möchte natürlich von Battlefield 3 zum Beispiel nicht nur eine Map spielen, sondern am liebsten, keine Ahnung, fast alle. Hier ist was. Komm ruhig. Vor dir links. Schießt du? Nö, er hat geschossen. Hatte. Hast du ihn erschossen? Ja. Ich gucke kurz, ob hinten was kommt. Das ist noch einer. Wo rennt der lang? Rechts an uns vorbei? Wo ist er? Ja. Ist tot, glaube ich. Du lebst noch, ne? Ja, ja, ich leb noch. Alles klar. Heil dich, ne? Hab ich den einen jetzt gekillt? Ich denke es. Ich weiß es nicht. Müsst du mal gucken gehen. Hau dir erst mal Schmerzablen. Nein, du schreist ja so laut, Junge. Ein Bär gebärt gerade ein Kind oder so. Alter. Schönen Level 32. Ja, das war tatsächlich ich. Epic Game. Oder was? Epic Gamerer. Hammer Name. Echt? Ja, ja. Da hinten waren immer noch Schüsse. Das klang jetzt mal weiter hoch zum Resort, finde ich. Findest du? Ja. Ich geh mal auf den nächsten Berg. Mhm. Wir müssen ja eh die Richtung. Bist du am nächsten hier den Hidden Stash noch mitnehmen können? Nimm ihn doch mit. Wenn du grad drauf getreten bist. Ja, ich hatte gerade einen anderen Fokus. Okay, der ist eh schon offen. Da unten. Da unten ist er. Äh, im... Im Schlamm da unten. Zwei Stück. Ah, die Leute sind da jetzt noch weiter lang. Deinen hab ich da hinten. Siehst du noch einen? Der eine ist gerade hinter die Hütte hier ran. Ah, der andere ist noch hier unten im Matsch. Ist er tot? Ach man ey. Die Waffe trifft mich. Nein, der hat sich hingelegt. Ich zöckel immer zur anderen Seite. Also von da wo wir auch hergekommen sind. Hm. Hab ihn. Ein zumindest. Hinter der Holzkiste oder was? Nein, nein. Der, der an der... Im Schlamm war. Den bei dem Haus oder wo auch immer der war, den hab ich nicht. Ja, ja. Der hat sich da hinter die Kiste gelegt. Der im Schlamm. Ich renne jetzt rechts rum. Ich will gucken. Ich will ja auch den Typen irgendwann looten. Gucken ob der rechts rum ist. Ah! Er rannte genau rechts rum. Der ist rechts über uns, zu uns gekommen. Huch! Er hat mich auch ein bisschen erschreckt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.